Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4862 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie viele Eier kommen in den Kuchen? Soll ich noch ein Ei aufschlagen? Wie viele Eier kommen in den Kuchen? Soll ich noch ein Ei aufschlagen? Es spielt keine Rolle, welches Programm ich sehe. Es ist immer langweilig. Es spielt keine Rolle, welches Programm ich sehe. Es ist immer langweilig. Es spielt keine Rolle, welches Programm ich sehe. Es ist immer langweilig. Du bist die beste Mama der Welt. Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Die Kunden kommen gerne zu uns, weil wir die größte Auswahl an Brillenfassungen haben. Die Kunden kommen gerne zu uns, weil wir die größte Auswahl an Brillenfassungen haben. Die Kunden kommen gerne zu uns, weil wir die größte Auswahl an Brillenfassungen haben. Wir sind im selben Team und machen die Ausbildung zusammen. Gleich geht es weiter. Dazu möchte ich dir etwas zeigen. Schau nach oben, dann siehst du es. Warum sind die Baupläne auf dem Tablet nicht identisch mit den Plänen auf Papier? Köche haben die Möglichkeit, ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ihnen unvergessliche Momente zu bereiten. Köche haben die Möglichkeit, ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ihnen unvergessliche Momente zu bereiten. Der Estrich ist glatt. Ich sollte mich nicht so von der Arbeit stressen lassen, sondern lieber über einen anderen Beruf nachdenken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.